Jetzt du atmest fünfmal ein und pumpst mit den Armen Richtung Boden und fünfmal aus und fächerst gerne mit den Händen nach oben. Und ein, zwei, drei, vier, fünf und aus, zwei, drei, vier, fünf. Schau und kontrollieren. Ja, und sei ehrlich, kannst du hier in dieser halben, gecurlten Position vom Becken das noch gut halten. Oder merkst du, du schiebst den Bauch zu sehr raus, dann geh vielleicht nochmal in Variante eins. Okay, wenn du sagst, ja, ich kann das halten, dann bringst du nacheinander erst das rechte Bein einmal in die Streckung hinten lang raus und das linke folgt zugleich. Atme hier ein, ausatmen, sammeln nacheinander die Knie wieder ein. Und einatmen, ausatmen.